team jungfrau ihr seid die nächsten und zwar hatte ich als ich die karten vorgeschaffelt hat ein song wenn ich jetzt wüsste von wem er ist das weiß ich nicht aber die person singt hatte nur die leine im kopf vielleicht muss sich jemand bei euch entschuldigen oder ihr möchtet euch bei jemandem entschuldigen i don't know vielleicht ist es auch etwas was unerwartet kommt leute einsamkeit ich weiß dass ich nie alleine bin ist die stärke karte ich habe gerade überlegt ob ich sie nehme aber ja ich nehme sie und gleichgewicht ohne zu urteilen erschaffe ich mir eine welt die von vollkommener harmonie geprägt ist ja es kann also sein vielleicht habt ihr euch gerade getrennt ja einsamkeit und als stärke karte ist das eine stärke karte in form von sagen wir jetzt mal eure eigene tarot karte ja ist der eremit das ist gewählte einsamkeit ja das ist nicht irgendwie oh mein gott die ganze welt hat mich verloren hat mich verloren hat mich verlassen sondern das ist gewählte einsamkeit gewählte isolation um im inneren nach antworten zu suchen und diese dort zu finden ja um zu sagen okay wer bin ich was möchte ich ich habe mich hier aufgeteilt in zehn geteilt um jedem irgendwie gerecht zu werden und habe mich selber dabei vergessen ja und das ist auch etwas was ich von jungfrau menschen tatsächlich auch so kenne ich finde ihr seid mega immer ja ich sag mal orientiert als euren leuten gut gehen zu lassen ob das familie ist ob das freunde sind ja da kann man die kann man kann euch 20 mal anrufen sagen kannst du mich dahin fangen kannst du dies kannst du das gesagt immer ja 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 und ihr selber bleibt oft auf der strecke ja und vielleicht ist es hier wirklich einsamkeit und gleichgewicht ein zeichen sage ich mal jetzt auf rückzug zu gehen und zu sagen hey wo bleibe ich eigentlich bei der ganzen geschichte ja schon wieder leute diese karte beide book ist jetzt das dritte mal rausgekommen aber ihr habt gesehen ich schaffe ja es ist und die sind auch vorgeschafft das ist nichts was ich irgendwie wow milk and honey auf der rückseite des stacks also leute bei der book ist eine karte von tradition jetzt heißt also für euch gerade jetzt nicht aus den regeln auszubrechen keine neuen regeln zu etablieren nicht irgendwelche verrückten sachen zu machen wir haben ich habe es im anderen reading eben auch schon gesagt wir haben bald mercury retrograde wir sind gerade in der schattenphase und wir haben eine bevorstehende eclipse und da ich persönlich bin dort immer lieber ein bisschen vorsichtiger mit den energien und gehe auch lieber nach den regeln ja milk and honey ist eine karte und dahinter regeneration das ist eine karte wo es darum geht dass man quasi ja von allem das beste bekommt und vielleicht ist das hier notwendig damit ihr in diesen status kommen könnt ja vielleicht ist gerade ins gleichgewicht kommen diese einsamkeit zu wählen und dann wirklich die dinge innerlich zu sortieren vielleicht ist das gerade notwendig für das was kommt ja auf der rückseite leute achtung was a time auf der rückseite des sechs eure karte der eremit krass leute das geht auch farblich farblich ist das alles eins wenn wir diese karte noch dazu nehmen wollen auch ja also ganz klar unterstreicht alles was ich gerade gesagt habe wer auch immer hier jungfrau ist ihr habt auch immer hier jungfrau ist also wer das sternzeichen hat leute ihr habt euch hiermit selbst ins deck gelegt es ist auf jeden fall doppelte konfirmation genau das zu tun ja eure stärke liegt wirklich im rückzug und in euch selbst an erste stelle stellen so lasst mich gucken team jungfrau zwei der kelche sieben der kelche und was dreht sich da die hohe priesterin mit neun der münzen auf der rückseite des decks also das ist ganz schön viel wasserenergie vielleicht steckt ihr gerade wirklich in euren emotionen oder ihr habt mit einem wasserzeichen zu tun wäre mir nämlich alles fische krebs und skorpion das kann alles sein ja aber ja das sind die drei karten also hier kann es mehrere möglichkeiten geben zum einen könnte die möglichkeit sein dass ihr mehrere optionen habt was was die liebe betrifft eure optionen in der romanze aber was ich hier ganz klar sagen muss ist dass es sein kann dass einige von euch hier wegen einer heimlichen affäre heimliche liebschaft was auch immer dass ihr verlassen worden seid oder dass ihr jemanden wahlweise verlassen habt ja es kann sehr gut sein dass ihr hier versucht habt mit jemandem euch gegenseitig die kelche zu reichen und die person hat euch mit sieben der kelche in illusionen gehalten in wunschdenken und hat versucht nebel zu erschaffen damit ihr nicht dahinter kommt dass es da noch eine hohe priesterin gibt oder einige von euch sind in der situation wo jemand diese sieben der kelche diese energie schaffen möchte aber intuitiv denn das seid ihr auch und zwar intuitiv ist bock ok einige von euch wissen intuitiv schon was sache ist und deswegen wählt ihr mit neun der münzen vielleicht hier die unabhängigkeit von einer situation interessant leute interessant ritter der schwerter wollte rauskommen ist aber zwischen meine zwei finger hier geslippt und ich glaube dass einige von dass das bedeutet dass einige von euch hier sich gegen eine diskussion entscheiden ja es kann sein dass ihr vielleicht schon viele viele male diskutiert habt viele viele male versucht habt vielleicht auch sachen rauszufinden oder euch viele gedanken gemacht habt und ihr sagt jetzt ist schluss ich habe keine lust mehr jetzt ist schluss ich es reicht zwei der kelche erklärt mit zehn der münzen zehn der münzen ist immer eine karte von ich sag mal wohlstand der schon aufgebaut worden ist das könnte auch generations wohlstand sein ja jemand der vielleicht von der familie was weiß ich geld immobilien oder irgendeine art wohlstand reichtum bekommen hat und das wurde dann in den generation quasi weitergegeben es kann aber auch einfach sein dass ihr hier schon diese zehn der münzen mit jemandem etabliert etabliert habt ja also eine gewisse ein gewisses fundament eine gewisse sicherheit und das ist nicht irgendwas was erst zwei wochen alt ist sondern das ist dann schon was was vielleicht auch weiß ich ja zwei drei vier fünf geht ja sechs der stäbe und neun der kälte boah leute hier hat euch jemand wirklich alles alles das gesagt was ihr gerne hättet hören wollen oder all das vielleicht auch gemacht bis zu einem gewissen punkt was ihr euch gewünscht habt und die welt auf der rückseite des decks vielleicht habt ihr die person in einem urlaub kennengelernt auf distanz oder es ist eine distanz da es kann aber auch sein dass das hier einfach repräsentiert dass dieser zyklus jetzt vorbei ist das ist wassermann stier skorpion und löwe energie es ist förmlich so als wenn irgendwie jemand hier sich auf die zunge beißt um irgendwas nicht zu sagen das ist jetzt das zweite mal dass eine karte raus will und dann wieder rein springt ich nehme sie jetzt was haben wir sie ich kacke ab leute bube der schwerter was macht der bube der schwerter der findet sachen raus und vor allen dingen hat der bube der schwerter hier in der illustration ist der angriffsbereit der hält sein schwert um durchzuschlagen um zu schlagen wenn es sein muss ja oder um zu schneiden und wo schneidet er durch durch die illusion bitch nicht mit team jungfrau jemand hier weiß schon ganz genau was sache ist ich mag euch leute ihr macht das so ein bisschen wie ich die schiene schon mal gerne fahre ganz genau wissen was sache ist ja wie die hohe priesterin mehr zu wissen als zu sagen ganz genau zu wissen was sache ist aber einfach den mund zu halten und gute miene zum bösen spiel zu machen es gibt situationen oder auch menschen also ich bin jemand ich weiß ganz genau direkt wenn jemand lügt ja aber ich spreche das nicht an also du kannst vor oder in den meisten fällen spreche ich es nicht an und ich hatte zum beispiel eine situation mit einer freundin ich habe sie mehrmals zu einer sache gefragt und ich wusste diese freundin lügt mich an aber jedes mal wenn sie mich noch mal angelogen hat habe ich nichts gesagt habe einfach so getan als wenn ich die story glaube und als die lüge dann aufgeflogen ist sie hat es mir dann quasi gebeichtet habe ich zu ihr gesagt pass mal auf guck mal das ding ist ich wusste sowieso die ganze zeit dass du lügst ich wusste dass die ganze zeit aber es ist nicht meine aufgabe also ist im grunde hat sie sich ich habe es auch zu ihr gesagt ich sagte blüge sich die ganze zeit selber der einzige grund warum du dich warum du mich in der situation anlöst ist weil du selber weiß dass du bullshit machst das heißt du musst dich selber belügen eigentlich ja und nicht mich und ja das war ihr eine große lektion sie hat dann auch gesagt ja stimmt weil sie sich geschämt hat aber das ist hier so jemand jemand der ganz genau weiß wann gelogen wird wann einem was vorgemacht wird aber der nicht zwingend direkt was sagt es kann sein dass einige von euch erst beweise sammeln andere von euch nehmen das wissen mit ins grab und schließen einfach ihren ihre eigenen schlüsse und drehen der situation einfach den rücken zu mit dem moment wo ich sage ihr dreht der situation den rücken zu fliegt der tod raus skorpion fuck off leute das ist genau das ja das ende von illusion und der stern auf der rückseite des decks wassermann energie das ist klarheit ja der stern ist nicht nur wunscherfüllung und sowas alles ist es klarheit die hohe priesterin da wollten die drei der kälte raus mit dem könig der kälte ihr habt ein intuitives gefühl und der könig der münzen vier der stäbe auf der rückseite des decks leute das sind zwei personen karten auf der hohen priesterin also für einige von euch ihr wisst dass da noch jemand das sind nur energien ja könige ich könnte also ich als frau könnte auch von dem könig repräsentiert werden weil das ist letztendlich nur maskuline energie ja und hier weiß jemand dass hier zwei andere menschen entweder mit im boot sind oder ihr repräsentiert die eine die erdenergie von mir aus da gibt es noch jemand anders oder aber ihr wisst ganz genau was ihr fühlt und fokussiert euch damit eben auf das wesentliche und auf das was jetzt für euch wichtig ist und zwar das ist auch interessant denn der könig der kälte und der könig der münzen gucken beide in diese richtung ja also von dieser ganz von diesem ganzen szenario weg und interessant ist dass der könig der kälte mit offenen augen dort sitzt und sich seiner emotionen und das was er eben fühlt und all das total bewusst ist und dann sitzt da der könig der münzen mit geschlossenen augen oder beziehungsweise sein blick ist runtergerichtet auf die münze und es ist dieses ok ich krieg davon dieses ich habe alles gesehen was ich sehen musste und jetzt ist mein blick geneigt auf das was wirklich wichtig ist und ich werde meinen blick nie wieder heben in deine richtung um irgendwie dazu zu hören irgendwas zu machen oder sonst irgendwas vier der stäbe und wir haben eben die drei der kälte gesehen und das ist auch diese ok wir kommen wieder zusammen und zelebrieren etwas oder ich möchte mit dir zusammen kommen und etwas zelebrieren ja und ich glaube nicht dass hier jemand noch großartig interesse daran hat das erklärt jetzt auch warum ich diesen diesen song gechannelt hat wow leute wow also leute ich lass eure wir sind erst bei zwölf minuten egal kurz und knackig ist es so wie ich es gerne mag ich lass eure reading hier bleibt abonniert teilt kommentiert während privates reading möchte in meiner infobox ist meine website da ist auch der link zu meiner kanal mitglied oder um kanal mitglied zu werden wenn ihr das möchtet so wie meine instagram accounts wenn ihr mir dort folgen möchtet und wenn nicht dann ist das auch in ordnung damit ich trotzdem allen einen wunderschönen tag und wir sehen uns wenn wir uns sehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal